Na alle zusammen, mich hier ist wieder der Häusler und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir über ein Achievements uns erspielen können. Und da haben wir einmal den Ruhestein des Windweisen der Unier. Was müssen wir dafür machen? Und zwar müssen wir dafür einen Erfolg abschließen. Der schimpft sich einmal, ehrt unsere Ahnen. Dazu habe ich auch schon ein kleines Video erstellt gehabt. Ich werde euch quasi dann den Hätiefen Guide einfach hinten mit dranhängen, wie ihr euch das quasi erspielen könnt. Wir werden uns jetzt aber erstmal zusammen das Toy einschauen. Und ja, ich würde sagen, gucken wir mal rein, was das macht. Also, bringt euch zurück zu eurem Heimatort, in meinem Fall Waldracken. Sprecht mit einem Gastwirt an einem anderen Ort, um euren Heimatort zu ändern. Also, das ist quasi ein Ruhestein-Ersatz. Dann würde ich sagen, testen wir es gleich mal, wie das Ding aussieht. Und, ähm, da haben wir es. Ich werde dann astral und ihr seht, es portet mich dann einfach quasi an meinen Ort hin. Ah, da kommt noch so ein Vogel. Oh, jetzt habe ich es durchgechannelt, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt landen wir in Waldracken, ist aber nicht so wild. Also, das mit dem Astralen hat mich ehrlich gesagt jetzt nicht so umgehauen. Aber, dass dann dieser Geistervogel noch kommt, das ist relativ nice tatsächlich. Von dieser Art Toys gibt es ja tatsächlich einige. Äh, unter anderem von den verschiedenen Covernants, aus allen möglichen Events. Da hatte ich ja auch schon viele Toy-Videos gemacht. Sieht aber ganz cool aus. Und, ihr könnt theoretisch, wenn ihr eins von diesen Toys habt, euren Ruhestein hernehmen und wegschmeißen. Und spart euch dementsprechend einen Taschenslot, weil ihr euch dann immer über den, über das Toy teleportieren könnt. Aber, den Ruhestein kriegt ihr übrigens zurück bei jedem Gastwirt. Also, keine Sorge. Es ist dann auch kein Drama. Aber, ich bin da tatsächlich zu faul für, den wegzuschmeißen. Ich habe den immer dabei, aber theoretisch könnte es man machen, wenn man sich in Slots spannen will. Für das Achievement müsst ihr erstmal ein paar Sachen euch zusammen kaufen und die dann bei Händlern abgeben. Wie das funktioniert, habe ich im Achievement-Guide schon erklärt. Und, ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Äh, na hallo zusammen, hier ist wieder Heuteler und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um einen kleinen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement, ehrt unsere Ahnen. Für dieses müssen wir folgendes machen. Er bietet folgenden Geistern der Vorfahren auf den Ebenen von Onara Opfergaben an, während ihr unter dem Einfluss von Essenz des Erwachens steht. Ja, wo kriegen wir jetzt die Essenz des Erwachens her? Ich befinde mich einmal hier schon an der Ebene von Onara. Und zwar ganz hier oben bei dem Außenposten auf den Koordinaten 85, 21 haben wir einmal so ein kleines Hüttchen. Das befindet sich gerade hinter mir. Ihr seht, hier ein bisschen außerhalb vom Lager stehe ich. Und hier haben wir dementsprechend die Essenz drin liegen. Das ist einfach so ein lila, ja so ein lila Staub, der da rumliegt. Und wenn wir den anklicken, kriegen wir hier den Buff. Wenn ihr jetzt wie ich Handynotes drauf habt, habt ihr den Vorteil, dass ihr sowohl den Staub natürlich hier seht, und sobald ihr das angeklickt habt, seht ihr auch die ganzen Spots. Dann müsst ihr nicht bei WoW Head die Koordinaten raussuchen. Wenn ihr Handynotes nicht habt, ich werde euch WoW Head unten verlinken, da sind dann einmal die Koordinaten auch mit dabei. Wir werden die jetzt einmal abfliegen. Und ja, bevor wir das aber machen, wir müssen denen auch was geben, sonst können wir die leider nicht ehren. Und da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar alle Items, die wir dazu brauchen. Ich werde euch die jetzt mal zeigen. Also, als erstes haben wir dreifach gewürzte Mammut-Kebab. Das ist, was ein Koch herstellen kann. Seht ihr, kostet immer H1 Gold. Dann habe ich hier Stiefelbrise des Ebenläufers. Das ist einfach ein VZ. Könnt ihr auch immer H kaufen. Also, alle diese Items könnt ihr immer H kaufen. Kosten tatsächlich alle nicht sonderlich viel. Kann ein VZ herstellen. Ich habe gelesen, man kann auch Rang 1 benutzen. Ich habe jetzt hier einfach den Rang 2 gekauft, aber das soll anscheinend wurscht sein. Dann Horn voll Met, habe ich auch im Auktionshaus gekauft. Kostet wenige Gold. Dann außergewöhnliches Fell, ebenfalls Auktionshaus. Dann Prüffelch, Prüffelch, Schmorbraten. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Kann ein Koch herstellen. Gibt es auch für wenige Gold immer H. Dann den Metapartikel. Dann haben wir hier ein Schwert, und zwar Feuergesenktes Großschwert. Und das dahinter, dann das Hitzeschock, oder wie die auch immer heißen. Das gibt es dann in verschiedenen Varianten. Das kann ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Da ist es anscheinend egal, welches ihr kauft. Quasi nur der Anfang muss passen. Moment. Machen wir das mal weg. Seht ihr? Die haben dann verschiedene Endungen. Der Schnelligkeit, Aurora und so weiter. Also, ihr müsst halt eins von denen euch besorgen. Im Optimalfall kauft euch das günstigste. Dann haben wir Krumrinde, da brauchen wir fünf Stück. Und dann brauchen wir noch die Drums, also Wildbalktrommeln. Da brauchen wir ein Stück. Von allen braucht man eins, bis auf die Krumrinde braucht man fünf. Und von diesen Braten braucht man zwei Stück. Genau. Sobald wir die alle haben, können wir eigentlich lostigern und die Dinger einmal abgeben. Jetzt muss ich mal gucken, ob das wirklich klappt hier mit den Stiefeln. Und es hieß zwar, man braucht quasi Rang drei, aber ich habe in den Kommentaren, wie wir hätten nachgelesen, manche meinen, es geht auch mit Rang eins und zwei. Wir werden sehen. Gut, jetzt können wir gleich das erste hier abgeben. Es bin schon ein bisschen zu weit geflogen. Und zwar hier in dem Lager direkt drin. Seht ihr? Da haben wir das erste Ding. Etwa auf den Koordinaten 84, 23. Und dort haben wir dann den ersten Geist. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir ihn? So, da la. Ich habe gerade zwei Sachen rausgefunden. Und zwar das erste ist, dass der Geist hier einmal im kompletten Lager rumläuft. Also ihr könnt Wendern hier warten und schauen, bis er quasi vorbeikommt. Oder ihr lauft ein bisschen rum und findet ihn einmal. Der schimpft sich hier Mukwur Schnellschuss und bei dem können wir dementsprechend einmal hier die Stiefel abgeben, beziehungsweise Stiefelverzauberung, die wir uns geholt haben. Ihr seht schon, er sagt jetzt fehlende Reagenz hier. Ich habe mir jetzt Rang zwei, hatte ich hier ursprünglich. Ich habe mir jetzt Rang drei gekauft, die nimmt er auch nicht. Und jetzt habe ich auch noch mir Rang eins gekauft. Mal gucken, ob er Rang eins nimmt. Ah, seht ihr? Er nimmt nur Rang eins, nicht Rang zwei und drei. Also da sind die Kommentare auf, ähm, wir hätten schon mal falsch. Ihr solltet auf jeden Fall Rang eins euch holen, ne? Gut, dann können wir gleich weiter zum nächsten. Ich zeige es vielleicht auch noch mal kurz auf der Map. Also hier einfach im Lager drin. Und da läuft der Geist im großen, ähm, ja, in größeren Kreisen, sagen wir mal, rum. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier auf den Koordinaten 75, 42. und 40 in etwa. Und dort können wir bei dem Dude hier oben bei dem Horn das nächste Teil abgeben. Und zwar will er, naja, passt zum Horn, das Horn voller Mild. Und damit sind wir mit dem zweiten durch. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier bei dem Lager oben. Dann sind wir beim dritten. Und zwar sind wir jetzt einmal ein paar Meter weiter geflogen. Hier auf die Koordinaten 84, 48. Und, ähm, dort läuft der nächste Geist rum. Anscheinend läuft der hier mal ein bisschen auf und ab. Und da können wir ihn einmal anquatschen. Und was will der? Der will einmal unsere Trommeln haben. Die geben wir ab. Und dann haben wir jetzt drei Stück. Den nächsten Geist finden wir hier auf so einem Pfad. Und zwar bin ich jetzt bei den Koordinaten 73, 55. Und hier läuft er so ein bisschen diesen Pfad entlang. Und dann gucken wir mal, was der haben will. Und zwar, der will das außergewöhnliche Felleimer haben. Und damit haben wir jetzt den vierten. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also ich habe ihn jetzt hier gefunden, wo er hier so lang läuft. Kann natürlich sein, dass er noch eine weitere Strecke läuft. Aber wenn er hier bei der Kreuzung bleibt, dann sollt er auf jeden Fall vorbeikommen. Den nächsten habe ich jetzt hier auf den Koordinaten 74, 69. Und, ähm, ja, dort läuft der Dude hier so ein bisschen im Kreis, wie ich es gesehen habe. Also keine sonderlich großen Pfade. Wenn wir den anquatschen, was will der haben? Äh, die erweckte Luft, ja, passt natürlich dazu, zu dem Gebiet hier. Ich zeige es euch nochmal auf der Map. Also hier unten ist der quasi dran. Den nächsten Geist haben wir dann hier bei den Koordinaten 54, 78. Und zwar läuft der hier ein bisschen in dem Lager rum. Und ja, hier habe ich ihn vor mir. Einmal hier, von da unten kommt der einmal hochgelaufen. Und jetzt schauen wir mal, was der haben möchte. Äh, die Elemente, oder den Elementarpartikel will der einmal haben. Und dann sind wir jetzt mit dem nächsten durch. Jetzt sind es nur noch vier Stück. Also ist eigentlich eine relativ schnelle Sache, das Ganze. Also hier unten bei dem Lager. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier bei den Koordinaten 32, 71. Und ja, hier rennt auf jeden Fall ein Geist relativ wild rum. Jetzt ist er da hinten gerade zum Stoppen gekommen. Ah, seht ihr? Der rennt da immer ein bisschen hin und her. Und wenn wir den anquatschen, dann braucht der fünf Krumrinden. Und die haben jetzt auch geklappt. Jetzt schauen wir mal. Ich hatte die Rang 2 und Rang 1 dabei. Er hat die Rang 2 jetzt genommen. Keine Ahnung, ob er auch die Rang 1 genommen hätte. Auch für WBH stand. Der nimmt alle Ränge. Aber gut, auf jeden Fall ging Rang 2 schon mal weg an der Stelle. Nochmal auf der Map. Also hier unten. Etwa bei den Koordinaten 33, 70. Rennt ja so ein bisschen hin und her vor diesen Gebäuden. Den nächsten haben wir nur ein paar Meter weiter. Und zwar sind wir jetzt hier unten in dem Lager auf den Koordinaten 41, 56. Und dort haben wir einen, der sogar, ja, so ein bisschen rot markiert ist. Also dass er feindlich wäre. Er greift uns aber nicht an. Und der will einmal dieses Großschwert haben. Und das können wir ihm jetzt geben. Und ihr habt gesehen, es war jetzt wurscht, was das hinten noch für Namen dran hatte. Er braucht bloß halt eins von diesen Schwertern. Übrigens war es der Fall, dass man am Anfang der Expansion anscheinend ein Epic-Schwert abgeben musste. Was dementsprechend auch so einen Funken gekostet hat. Das wurde aber nachträglich nochmal geändert. Und dementsprechend, wenn ihr das jetzt quasi erledigt, das Achievement, habt ihr euch da einiges gespart. Weil die Funken sind ja sehr limitiert. Gut, dann würde ich sagen, flitzen wir jetzt rüber zum letzten Ding. Und was haben wir jetzt noch über? Ich glaube hier den Braten, den ich nicht aussprechen kann. Und da müsste der Geist jetzt irgendwo hier drin sein. Jetzt suchen wir den nochmal. Oder oben. Schauen wir mal. Ihr müsst übrigens, soweit ich das weiß, Ruhm 7 sein, um das Ganze abschließen zu können. Sonst soll das anscheinend nicht gehen. So, jetzt tue ich mir hier gerade ein bisschen schwierig, den Geist zu finden. Tja, wo ist der? Ah, seht ihr? Der läuft hier von oben nach unten. Okay, also ich habe ihn hier auf der Treppe abgepasst. Dem geben wir jetzt den Kebab. Und damit sind wir einmal tutti komplett die durch. So, dann sind wir jetzt wirklich beim letzten. Und zwar hatte ich den nicht gesehen, weil der unter der World Quest hier drin ist. Seht ihr? Wenn man da drüber geht, dann sieht man es aber. Und ja, jetzt sind wir hier bei der World Quest auf den Koordinaten 63, 56. Und dort ist dann dieser Hund. Und der frisst dann den Braten, weil ich mich schon gewundert habe, warum ich da noch was über habe. Gut, damit sind wir tatsächlich tutti komplett die durch. Hat mich gefreut, dass er dabei war. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Achievement Guide wieder. Hat mich gefreut. Euer Tila. Bis dann. Ciao.